Hallo, mein Name ist Lorenz von Hello Cash. Hier möchte ich dir zeigen, warum Hello Cash die einfachste Registrierkasse ist. Im Rahmen der Entwicklung von Hello Cash haben wir über 1000 Leute befragt, was ihnen das Wichtigste bei einer Registrierkasse ist. Das Ergebnis war, dass der wichtigste Punkt der Preis bei der Registrierkasse ist. Aus diesem Grund bieten wir bereits auch eine kostenlose Variante an. Der zweitwichtigste Punkt, das ist die Einfachheit der Bedienung einer Registrierkasse. Sprich, dass man alle Funktionen der Registrierkasse so einfach wie möglich auslösen kann. Aus diesem Grund entscheiden bei uns immer die Kunden bzw. die Interessenten von Hello Cash, welche Funktionen wir entwickeln und wie wir sie entwickeln. So gewährleisten wir, dass wir dir die einfachste Registrierkasse anbieten können. Danke und liebe Grüße, dein Lorenz.